Yo Leute und damit auch herzlich willkommen zu einem recht kurzen Video und zwar wollte ich in diesem Video nur einmal fragen ob ihr also wie ihr das finden würdet wenn ich jetzt ab und zu oder jetzt einmal oder wie ihr das halt wollt oder ab und zu halt keine Ahnung also zwischendurch auf jeden Fall mal Facecam kommt wenn ihr das wollt kann ich das machen und ja schreibt es einfach in die Kommentare oder ich schicke auch noch einen Spoilpunk-Poll-Dings-Link da rein ich weiß nicht was heißt Spoilpunk-Poll glaube ich auf jeden Fall würde es mich freuen wenn ihr dann dort abstimmt poste ich dann in die Beschreibung und ja dann bis zum nächsten Mal und ciao